Hallo, da sind wir wieder. Ich hatte heute das Glück oder beziehungsweise den schönen Tag, die Riesenbox zu erhalten von Deep Purple, vom neuen Album Infinite. Die ist mit LPs, Sonder-LPs, DVD, CD, T-Shirt, Sticker, signierte Fotos, Poster und einem T-Shirt. Sind wir mal gespannt, oder? Schauen wir mal rein. Da ist es. Richtig fest verpackt. Beilagenzettel habe ich drin. Und jetzt öffnen wir mal. Also es ist schön und gut eingepackt. Kann auf jeden Fall eigentlich nichts kaputt gehen. Jawohl. So. Da schauen wir mal. Da haben wir die brandneue CD, das brandneue Album, die Bonus-DVD, From Here to Infinite. Infinite. Time for Bedlam. Hipboots. All I got is you. One Night in Vegas. Get me out of here. It's surprising. Johnny Spent. On Top of the World. Birds of Prey. Roadhouse Blues. Und nochmal Bonus-DVD. Eineinhalb Stunden. 90 Minuten. Schauen wir uns mal das Beiblatt an. Das sind dafür dann auch die passenden Fotos. Songtexte. Sehr schön. Das T-Shirt in Größe L. Die Purple Infinite Größe L. Die Purple Infinite Größe L. Jetzt kommen die fünf verschiedenen Bilder. Das sind die fünf Gesichter. Die Purple. Die Purple. Der passende Sticker. Jetzt kommt das Riesen-Mega-Poster. Das ist wirklich sehr schön groß. Guckt euch das prachte Exemplar an. Hammergeil. Now What Live Tapes. Volume 2. In weiß gehalten. Eine habe ich mal nicht gesehen. Die war in blau. Die ist durchsichtig. Ja, die ist blau. The blue kind of storm. Ride on. Ride on. Ride on. Ride on. Ride on. Ride on. Das war das Rückblatt. Und was anders enthalten ist. Das darf natürlich nicht fehlen. Die. 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 da ist es nochmal alles zusammen Poster LP mit Aufstellbarem die Bilder der Sticker das T-Shirt die anderen LPs CD, DVD und das Byblad Unimog Ziechebock Unimog Ziechebock da fährt er Unimog Ziechebock Unimog Ziechebock weil die so stur sind die haben Kraft, aber die lassen sich schwer fahren Unimog und hier im Spiegel ist er auch noch der Unimog sind wir in Salmünster und die Maus hat heute Nachmittag Schule und da fahre ich die Maus dann nach Göllnhausen in die Schule, ne Maus damit du für das Studium immer fit bist und alles gut machst so wie schön deine Prüfung du jetzt auch verstanden hast alle Top bestanden die Beste vom Kurs dafür kriegt die Majo schon einen Kurs dem Campus in Göllnhausen im Bildungszentrum da holen wir jetzt mal die Magdalena ab da drüben ist die Feuerwehr und dann habe ich noch ein paar DVDs zur Hand gerade bin ich von der Arbeit gekommen aber es ist jetzt so schön heute Morgen waren es minus 4 Grad dass ich nochmal Rasen mähe bevor es wieder regnet oder sonst was und nächstes Mal die Winterreifen wechseln es hat ja nochmal geschneit das habe ich leider nicht aufgenommen aber jetzt mähen wir erstmal hier ist es jetzt also das Deep Purple T-Shirt von der neuen Infinite es sieht sehr gut aus ich bedanke mich vielen Dank für die Likes Kommentare abonniert mich bis morgen